Aufwärts, mein Leben? Ich hab Angst verblüfft, aber jetzt eine Rücklaufsperre. Wie steil. Das ist schon mal das Beste da. Der Mingi-Way ist ja der Mingi-Krupp. Endlich fein hier mal. Die haben wir mal gesehen. Das hat jetzt fast recht. Wenn er hier schon ein Licht aufgehen braucht, dich sollst du bremsen. Das Schaufelschiff hat dich da unter der Sonne. Warte, jetzt. Das fährt sich jetzt schon scheiße. Oh Gott, wenn der Drop gar nicht kommt. Bitte brems doch. Nein, nein! Was ist das? Nein! Was ist das? Was ist das? Das fällt auseinander. Kein Euro. Oh Gott. Das ist so schnell.